Ubrecht ist gar nicht so dumm wie du denkst. Er wird sicher etwas merken. Ach du mal, so Karl Donald. Auch gar nicht, wenn er alle seine Zwerge zur Hilfe nimmt. Er hat ein Blügel. Er wurde mit ihm und ging allein in Skifahren. Am Tag vor Weihnachten startet Donald mit seinem Überschallflugzeug. Denkt man, es wäre, der in der Ecke wäre.